dann macht man jetzt hat und saftisch mal weiter volle lotterinnen da müssen tauchen du denn hier hallo jene antwort warum auch immer licht sehr schön neue waffen ja schon nach du scheiße heute muss immer kurz umstellen ich schicke ihm die glühwärmchen ich schicke ihm nicht die glühwärmchen ja ja schießt du mal wer ballert denn hier ja oben und unten ich schicke ihm nicht die glühwärmchen schilder Wallert ja einfach, ja. 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 War einfach so. Da rennen wir nicht so, ey. Mann. Wir beenden unsere Patrouille. Kriegshelst, in Deckung! Zurück! Patrick, alles okay? Ja, ich hab ihn! Was zum Teufel? Wer schießt da? Oh, das ist eine Knarre. Alles okay, da hinten? Agent Kane? Ich hatte doch gesagt, oben bleiben. Schien, als würde dir Hilfe brauchen. Und ihr wart so laut, dass sich jeder 54i-Fuß-Soldat nur zu gern um euch gekümmert hätte. Wir müssen uns beeilen. Schalten wir Ihre Kommunikation aus, bevor Sie es bemerken. Die Knarre möchte ich hoch haben. Abgeriegelt. Sie leiten Ihre Kommunikation über ein zweites Relais. Kannst du es ordnen? Sekunde noch. Ich hab's. Von dort aus könnt ihr das Störprogramm hochladen. Wir treffen uns bei der Geheimstation. Klingt wie ein Plan. Bewegung! Ja, bitte mal locker, ey. Auf jeden Fall wollte ich das mal eine andere Knarre, weil die wirklich so zack, ey. Oh. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Oh, sehr schön. Ist doch mal geil. Also, Kay. Was tun wir, wenn wir die Geheimstation erreichen? Zuschlagen und ausrollen. Euer DNI macht euch Jungs zu wandelnden Datenträgern. Wir laden euch sämtliche Daten hoch und löschen dann alles. Was ist mit möglichen Überlebenden? Den Fakten nach wurde die Station von der dominanten Militärkraft in dieser Region geflütert. Wahrscheinlich ich piem das keine Überlebenden. Kayne, näher an uns dem Kommunikationsrelais. Es ist schwer verteidigt. Komm mal locker, ey. Ich mach das schon. Oh, ja. Schließ die mal. Na, kommt ja. Oh, nein, 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 nein. Nice, nachladen. Noch einer. Hier, fang, alter. Noch einer. Was ist mit denen hier? Rutsch mal. Das Relais ausschalten. Die Kommunikation wird ausgeschaltet. Wo bist du? Ich check die Geheimstation. Sie ist voller 54 Immortals. Sende neue Koordinaten auf euer Hand. Auf dem Weg. Sind wir fertig? Fertig. So, dann werden wir da mal aufräumen. Oh, oh. Es könnte jeden Moment alles einstürzen. Achtung, Hendrik. Das ist der Leitrichter Dach. Sehr schön. Vorsicht, auf dem Grabstein soll doch nicht scheiß Sturm stehen, oder? Ich muss schneller laufen hier. Hier bricht alles zusammen. Ich glaube nicht, dass hier noch wer lebt. Mal locker, ey. Mann. Hallo. Was klebt denn der? Sie sind immer noch da. Wir wollen alles mitnehmen, bevor der Sturm noch heftiger zuschlägt. Was sollen wir tun? Greifen Sie an, bevor der Sturm kommt. Ja, los geht. Okay, mal aufräumen hier. Oh. Feinde nähern sich. Die Hecken aus. Wir AKLs müssen resetten. Schalten wir sie aus. Ahh. Kämen wir auf, geben wir auf hier. Doch. Okay. Vielen Dank. Again. Die Kedonen ist immer gut Immer schön auffallen Und ja. Oh, das ist ein Neues. Verletzt. Oh, ist noch einer? Ne? Sauber. Cain, wir sehen die Geheimstation. Okay. Finden wir heraus, womit wir es hier zu tun haben. Komm, mach auf die Hütte da. Was ist denn hier passiert? Da hatte es jemand eilig. Cain? Vielleicht 54 IKR-Explosionen. Die Türen wurden nicht von außen gesprengt. Sondern von innen. Ah, Jutta. Bruch hier. Ja, schneller hier. Da vorn ist was. Bereit machen. Hingehen. Machen wir. Oh, geht mal aufgeräumt hier. Hörst du das? Da drin ist jemand. Die Tür öffnen. Los. Kein Gewalteinsatz nötig. Manchmal muss man nur klopfen. Die Tür öffnen. Die Tür öffnen. Sehr schön. Mein Gott. Jo. Gott. Schalt den Scheiß ab. Was zur Hölle ist das, Cain? Ich suche gerade. Verwehrung der Wiedergeburt. Von einem Jay Song. Vollstrecker der 54 Immortals. Es war eine Hinrichtungsmethode für ihre schlimmsten Feinde. Durchgeführt am lebenden Objekt. Oh nein. Gar nicht gut. Was? Ist noch was? Die Datenträger. Sie sind weg. Überwachungsvideos. Überwachungsvideos. Berichte, Befragungen. Alles, was wir runterladen und löschen wollten. Lokale Kopie einer CIA-Geheimseite. Mit Tagesstand der weltweiten CIA-Aktivität. Wenn das rauskommt, dann fliegt jede CIA-Operation auf der ganzen Welt auf. Und die Peilsender der Laufwerke? Die Bio-Kuppeln. Das Herz der 54 Immortals und Heimat des Bruder-Schwester-Anführer-Gespanns. Go Min und Go Ju Lan. Also holen wir uns die Laufwerke und zahlen es ihnen heim. Ich glaube nicht, dass das die Immortals waren. Die Türen wurden von innen gesprengt. Sie haben gebohrt. Sie waren nie in diesem Raum. Aber wer war es dann? Ich meine, wer hatte sonst noch Zugang? Diese Station wurde zuletzt benutzt von einer Black-Cyber-Ops-Einheit vom Winslow-Abkommen. Das war John Taylors Team. Glaubst du, sie sind für die Morde verantwortlich? Keine beschissene Chance, Cain. Ich kenne doch Taylor. Er würde sich niemals gegen uns wenden. Dann haben wir die Mission auch immer geschafft, endlich. Dann machen wir auf jeden Fall dann bald die nächste Mission. So, dann gehen wir mal wieder hier zurück ins Menü. Dann machen wir mal wieder zurück ins Menü. So, warten wir hier mal kurz. So, dann sehen wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Mission. Haut rein, bis dann. camp inner�로 an. Dann gehen wir mal wieder zum Urlern. A-1. Die Salam derum.